So Leute, ich und der Jaroslav sind gleich auf dem Weg nach Wroclaw, zu seiner Heimatstadt. Nach Wroclaw? Ja, und wir stehen hier gerade so im Abflug. Unsere letzte Worte, falls wir hier nicht ankommen. Die Firma vererben wir den Wallmann. David Wallmann. Wir gucken vor live und die landen gleich auch. Ziemlich cool. Also, bis gleich. So Leute, der Jaroslav ist ein Professionärer. Aber viel zu viel. Die Russen machen aber trotzdem wie immer. ... in der Kieschen und in den Fotos, damit keine persönliche Dinge geben. Kapitän, mit dem Wroclaw, vielen Dank für die Zusammenhänge. So Leute, wir sind hier in der Lande. Vielen Dank. Danke. So ist es. Da sind wir, da sind wir angeflogen. Wallmann tut mir leid, vielleicht bei nächsten Reisen. Vielleicht auf der Rückreise. Also bis später. Wo sind wir ein bisschen hier? Ja Leute, Kunstschule, wie ihr seht. Kleine Schwenker, Rostka. Jetzt gehen wir, komm mal zu mir. Jetzt gehen wir den Weg entlang, den ich früher in meiner Jugend entlang gegangen ist. Und dahinten habe ich gewohnt. Wenn der Alex jetzt was schwenkt, auf der anderen Seite der Brücke, dann gehen wir jetzt auch mal hin. Slip, slip. Slip, slip. Wir gehen jetzt über die Brücke. Und der Jarneshoff zeigt euch gleich mal so, wie die Gutsche aussieht. Das ist jetzt nur da. Ah, das ist die eine Muradal. Damn. Ja, das eine Muradal ist auch da. Freunde, das schöne Gurte. Ziehen wir uns jetzt gleich rein. Ich weiß noch, was haben wir hier gewohnt. Ich habe mich hier gewohnt und auf der anderen Seite der Straße, wo wir beide Stellen gleich checken. Leider wurde das Haus renoviert. Das war früher ein richtig heruntergekommenes Stück. So wie das Nachbarhaus vergleichbar ist, daneben da. Aber King. Wir haben das erste Mal die Möglichkeit, mit solchen Farben zu arbeiten. Heute ist es soweit, dass wir professionell abgehen. Also bis gleich, Leute. Wir sehen uns. Yeee. Mit mir im Label. Da gleich ein Auftrag. Ha, ha, ha. Mein Tag hat es geschafft. Wie ist das dadurch? Ich bin mal wie dreimal und dann. Ich bin ein Talent. Ihr wisst worum es geht, das übliche, die Mieze Katze, Black Bart Motherfuck. Black Bart Motherfuck. Kids, kids. Und bis dahin Leute. So Leute, da sind wir. Tubukku, zweite Session beim Cousin von Jaroslav. Nächste Zeit. Wir machen das, um es kurz zu schaffen. So Leute, das hier ist mein Quartier gewesen für heute. Gehe ich raus. Das ist hier alles hier Eigenbaum, meine Damen und Herren. Wir haben dann GS geprüft, sagt man. Hier, ne. Hier ist es. Das ist hier. Das ist ein sehr spannender Spot hier. Das ist das Ding. Habe ich gestern oder vorgestern mit Jaroslav gemacht. Der sagt, da ist auch gleich ein paar Worte dazu. Ja, meine Worte dazu. Wir fahren jetzt leider. Ihr habt gesehen, neben der Line kann man direkt hier richtig einballern. Motiviert, easy peasy. Der Trip ist leider zu Ende. Das war auch halbwegs illegal oder legal, wie man es in Sachlage ist. Unser Flug geht jetzt gleich. Wir fliegen. Das war Tobukwu, Wroclaw, Wroclaw 2017. Wroclaw, Wroclaw 2017. Tak. Hashtag... Josep, du gehst mit uns. Oh, das ist alles. Bye, bye, Freunde. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.